Oh Gott, dieser Typ. Ich wollte noch eine Granate fallen lassen, aber... Hab ich sogar! Gott, da ist der am Psycho! Komm her, du Mistgeburt! Nicht kann man gar nicht verfehlen, du bist zu fett, man! Ich hab ihn vorhin verfehlen können. Und jetzt töte ich dich mit meinen Fäusten. Boom, 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 boom! Weiß, dieser Charakter ist so geil abgeschnitten auf Burak. Schon so, gell? Ich bin halt auch so bubble-like wie er. Ey, das war tatsächlich echt. Echt? Krass. Meinst du so echt-echt oder so echt? Ach so echt-echt-echt. Echt-echt? Echt-echt-echt. Ja. Jetzt müsste ja rein theoretisch alles explodieren. Ja, explodiert. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh Gott! Wie kannst du denn 20 Mal an diesem Spiel Spaß haben? Ich versteh das nicht. Aber es ist das einzige Spiel, was mir 20 Mal Spaß gemacht hat. Junge, da müsste das Spiel da das Lieblingsspiel von dir sein. Hier ist die Waffenkiste! Wo? Ich bin enttäuscht von dir, Kevin. Ach ja, die. Ja, die war eigentlich recht unwichtig. Soldat-Klasse. Ja, übel. Klasse Jäger. Immer wenn ich da obenranden nachgeschaut hab, kam da nur Scheiße raus. Jedes... ...zwanzigste Mal. Ne. Jede 20 Mal. Super. Hier ist ein Klassen-Mod für dich, ne? Und einen für Soldaten. Jetzt ernsthaft? Ja klar! Einen für Jäger. Warte, ich hole ihn und geb ihn dir. Ähm... Wo ist denn der? Das ist der nicht. Das ist der nicht. Guck mal, ob das Schild für dich gut ist. Wenn du ihn haben willst. Also, wenn der gut für dich ist, kannst du ihn haben. Er nimmt ihn eiskalt. Ich wollte ihn vielleicht verkaufen. Scheiße, jetzt hab ich meinen Skill aktiviert. Bzwäck. 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 Oh man, ich weine. Uaaaah... Hehehe. Oh man, ich weine... Lass mein Duell machen. Ja, ich weine mann. Wetten die Privat dich sofort töten, Alter. Huchhaha... Huchhaha... Huchh... 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 Wollst du eigentlich, dass ich sterbe mann? Ja, ich will, dass du stirbst. Boah, ich weine echt gerade. Och. Memme. Ja. Hey, los, muss meine Kalle auf. Oh Gott. So, komm rein. Ja, das Problem hat sich tatsächlich gelöst. Wie du eisgallt schon drinnen sitzt, ne? Oh Mann, ich muss solche lustigen Situationen einfach mal ignorieren, ey. Das ist echt nicht gut für deinen Rücken, Kevin. Das ist echt nicht gut für mich, Mann. Dein Rücken ist mir scheißegal. Warum gehen wir eigentlich, wenn wir... Wie heißt das? Wie heißt das, ähm... Wie heißt dieses Ding? Fireland oder so. Wohin gehen wir, wenn wir das verlassen? Fireland! Oh, oh. Äh. Es heißt, warte mal. Fireland? Er weiß nicht mal, wie das heißt. Das ist so logisches Ding. Warte mal. Unsere letzte Mission. Das ist das Ear-Nest, du Spastin. Du hast es wahrscheinlich von Firehawk abgeleitet. Was denn? Firestone meinst du sicherlich. Genau. Aber ist das nicht Borderlands 2? Hä, nein. Ey, Digger. 1041 ist ein Raketenwerfer. Vielleicht brauchen wir den noch. Behalten wir den mal. Kann ich verkaufen. Die SSP kann ich verkaufen. Der SSP kann ich verkaufen. Shackbound kann ich verkaufen. Ich fahr schon mal los. Verkaufen. Auch verkaufen. Warum fährst du unnimmig los? Ich dachte mir halt so... Was sollt's? Ne, raus. So, ich bin gleich da. Mit Claptrap gesprochen. Da ist doch ein Claptrap. Nein, nicht dieser Claptrap. Es gibt verschiedene Claptrails? Pff, ja. Krass. Jetzt habe ich irgendwas im Hals. Also mir geht es heute überhaupt nicht gut. Jetzt habe ich irgendwas im Hals. Du, was? Geronimo, pff. Wir müssen ernst finden, Alter. Ja, ihr Nes, du passt. Sei doch ernst. Hinten, durchdrehen, Alter. Ich bin so... Er weint. Oh, 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 oh. Das ist das Größte, was hier seit langem passiert. Oh, 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 oh. Park die Scheiße ein. Ihr Inhalt könnte ein Vermogen wert sein. Aber nur, wenn du die richtigen Partner hast, um es zu verkaufen. Also, Partner. Nein, Alter, verpiss dich. Ach, der stieß doch immer Partnerschaften mit jedem Vollidiot, nee. Das ist ein Geschäftsmann, was erwartest du? Labtrap, wo bist du? Ach, da ist er ja. Er ist Crabtrap. Aber ich kann nicht mit ihm reden. Ich hab schon mit ihm geredet. Oh, Mann, selbst beim Gehen tut's mir weh. Oh, das ist ein Kotzen. Dahlhetland. Darum gehen wir nach Dahlhetland. Das ist nicht der Sitz von Dahl? So, Dahlhetland, so, you know? Entschuldigung. Oh, Mann. Jetzt müssen wir nur noch Ernst finden, dann können wir anfangen. Ernst. Ernst. Ernst Ernst. Oh, und Nachname, oder? Sorry, du Model, dann halt Ernst. Liliths, Action-Skill, der Facewalk lässt sie bla bla bla. Fuck, jetzt fahr ich das Ding. Ja, warte mal kurz, du sprachst. Ach stimmt, du hast ja diese elendlangen Ladezeiten, ne? Hm. Ja, hallo, also, er ist einfach zu inkompetent, er kann nicht einsteigen. Ach, jetzt darf ich fahren. Pff, Mist geworden. Toll. Oh, ist hier schon abgegeben, du da. Toll. Zwei Meter fahren, und fertig. Jäger, hier ist schon wieder ein Jäger-Klassen-Mod, ne? Ja, Serka-Klassen-Mod. 48% Team-Nahkampf-Schaden. Zwei Jäzorn-Skill und zwei Schlag-Skill. Hier, nochmal bei Serka. 18% Launch-Nahkampf-Schaden. Was denn? Egal. Du hast den Klassen-Mod doch nicht wirklich gekauft, oder? Oh mein Gott. Was? Nein. Du hast irgendwas bei diesem Markus-Dink gekauft. Ja, ich hab das echt gekauft. Ich frag mich, was du gekauft hast. Ne Schwanz-Verlängerung. Krass. Jetzt hast du endlich einen 1mm-Schwanz. Jawoll! Oh, fuck. Warte mal, warte mal. Ey, dieser... Ein Rücken, ey. Dieser ist so behindert, echt. Kevin, wenn man die Ladedecks von den Grünen nicht gekauft hat, aber dann den Blauen, was passiert dann? Wird der Grüne dann automatisch mitgekauft, oder? Ne, dann hast du einfach nur das Blaue. Ach, der Grüne ist dann einfach ausgetauscht worden, oder wie? Ja. Hä, dann ist der voll unnötig. Dann könntest du dir theoretisch warten und ein Orangenes kaufen. Also ganz am Schluss. Und dann hast du irgendwie ein Orangenes... Du brauchst aber schon davor und ein größeres Speich... ähm, ein Deck, wenn du deine Waffen lange genug einsetzen möchtest im Kampf. Gut, ich bin gleich wieder da. Wie gesagt, nach dem Bruder gucken. Dieser Typ. So, ich bin wieder da. Kannst du bitte mal ins Auto steigen? Weg von der Workbench, man! Das ist keine Workbench zum Teufel. Ich muss hier Waffen verkaufen. Scheiße, hätte ich auch machen können. Siehste nachdenken, es lohnt sich. Ich hab ein... Ich hab meine Fäuste, ich brauch kein... Ich hab doch schon verkauft, man! Oh, ich hab ein Master-Arts-Gloss-Dämpfer-Hauen! Fahr, 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 fahr! Geronimo! Krass, dass ich mal ein Geräusch gemacht habe. Das ist ein kleiner Kumpel von mir und damit meine ich, er ist ein Arschloch, der den Buddy meiner Mutter ruiniert hat. Er ist halt in der Klemme zu stecken. Ey, jeder hat den Buddy seiner Mutter ruiniert, ey, ganz ehrlich. Gibt's hier eine Waffenkiste, oder warum hältst du hier? Wir müssen mal rein, du... Oh, Mann. Hörst du nie zu? Wir müssen mal rein, du Arsch! Pass auf, die sind hier ein bisschen härter als normal. Mann, echt, ich kann mich auf die alten Erfahrungen überhaupt nicht mehr verlassen. Ich seh' gerade, die sind sehr hart. Okay, doch, die haben mich auf 70 HP runtergehauen, aber... Ey, ich kann... Komm hier einfach nicht raus? Mann, scheiß Psycho, Alter! Wenn die Shotgun alle zwei Schüsse trifft, dann tötet sie so einen knallharten Schläger mit einem Schuss, Alter. Oh nein. Oh nein! Mann, der Psychopath! Oh, damn it. Da ist ein MG für dich. Oh, ich komm hier, glaub ich, nicht mehr raus. Tod? Ja, wahrscheinlich. Oh, scheinlich. Lange Zeit mal wieder gestorben. Ich hab gerade 777 XP bekommen. Da ist so was, bitte. Du bist so dumm. Oh, mein Gott, du hast hier gegen den Arschloch. Alter, ich versteh' einfach nicht, warum diese Shotgun so lange zum Nachladen braucht. Die braucht einfach 10 Jahre zum Nachladen, Mann. Es lohnt sich gar nicht. Ich glaub, ich glaub ich auf diese Entfernung treffen würde. Hilf mir mal hoch. Warte, warte, nicht hochhelfen. Nicht hochhelfen, hör auf! Warum hörst du nicht auf, wenn ich sage, hör auf, Mann. Sorry. Ne Schnipper für mich. Jawohl. Nein! Bist du behindert? Du hast nicht aufgehört, wo ich gesagt habe, hör auf. Ey, komm schon jetzt! Ey, komm schon jetzt! Heul nicht rum, heul nicht rum, heul nicht rum, heul nicht rum, heul nicht rum. Sieh, lass dir das sagen! Jägerklassen-Mod, hier. Tü-Mander, mich so krass auf. Okay, keine Freunde mehr. Okay, tschüss. Also, ich beende dann hier mal die Aufnahme, ne? Also, danke für's Zuschauen. So dummer, Alter. Heute, und beim nächsten Aufnahme ist Kevin dann halt nicht dabei, weil er jetzt aus C7 fliegt und so. Hier ist noch eine Waffe, Alter, auf mich zu... Ja, warte mal! Ey, wieder nur mit Pistolen, ey! Ey, nicht Spaß! Das ist nur was für mich. Nein! Boom, 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 boom! Guck ihm dir, wie ich ihn gebe, Alter! Guck, 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 guck! Boom, 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 boom! Hast du gesehen, wie ich ihn gegeben habe, Alter? Ja, ja. Ich kann dich irgendwie nicht wiederbeleben. Scheiße, man, dieser Modus muss abklingen. Warte kurz, er ist gleich vorbei. Ah! Scheiße! Ich kann dich einfach nicht wiederbeleben. Ey, Mann, das ist so zum Kotzen. I'm sorry, bitch! Sind die da hinten wieder gespawnt, oder warum erschießt du gerade jemanden? Nein, das waren nur irgendwelche Autobahn-Raudi.